Ich hab mir gut was geschafft heute. Ich muss mal hin. Wie läuft er in die Mitte, Merafi dann? Und der Zamo steht neben mir. Muss ich ja laufen gleich. Und wenn es mich leitet, dann laufen Spaten nicht rum, sondern der, der als nächstes in der Kette ist, läuft in den anderen rein, sonst bewegt sich niemand. Ich glaub es klappt jetzt. Sieht ganz gut aus was wir sind. Wollen wir wetten? Wir sind viel zu nah hier. Jo Crane wird jetzt vorlaufen oder nachlaufen? Ja, ja. Ja. Ja, ey. Ich glaub wir müssen auch mal einen Finali suchen. Ne, der sagt nix und rennt den Mainz ab. Ne, eigentlich nicht. Macht mal ein bisschen Platz da. Jo Crane, hopp. Tja, ich bin noch hier. Jo, wir sind schon weit hinter mir. Ist gar nicht klar. Ich da hier guck, dass wir nicht zu nah an dem Ding da dran müssen. Nicht, dass das überspringt. Dich überspringt und dann... What the fuck? Noch was? Ja, Merafja, stirb mal nicht auf der Position da. Gehen wir weiter weg. Könnt ihr es nicht auf dem Meer durch die Mitte machen? Ja, dann wird es jetzt eng mit Nil und Platon. Dann gehen wir ein Stück nach hinten. Dann geht los. Kuss. Nee, nein! Alles nicht! Das ist wieder raus. Ich hab grad das gesagt. Jo. Ja, kann Wipe nehmen. Ja! 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 Jetzt haben wir auch jetzt... Stimmt mit dir. Du hast ja alles gemacht. Du hast ja alles gemacht. Stimmt. Die Tracer war völlig anders. Total! Stimmt da ab! Schreit! 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 So kotzen! Oh, ich hab Doom! Dann lass Oma auch jetzt noch hier. Dann können wir vielleicht noch mal... ...Eutraxion schreiben. Leute, ich stand da mal falsch. Links einmal kurz, bitte. Schreit! 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 Ruhig, ruhig! Ruhig bleiben, Leute! Konzentriert euch nochmal!